Hallo Leute, ich bin der Genki Lounge, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich, wie aus dem Titel sicherlich schon zu lesen, csgodouble.com vorstellen. Das ist eine Seite, wie ihr gerade im Hintergrund schon sehen könnt, in dem ihr Coins aufladen könnt und mit diesen Coins könnt ihr dann im Roulette-Style immer entweder auf Rot setzen, auf Grün setzen oder auf Schwarz setzen. Je nachdem was kommt, gewinnt ihr oder verliert ihr. Bei Rot und Schwarz bekommt ihr, glaube ich, das Doppelte von eurem Einsatz, bei Grün weiß ich gar nicht, wie das ist, wie viel ihr da bekommt. Auf jeden Fall möchte ich euch die ganze Seite einfach mal vorstellen und dafür drücken wir wie immer erstmal hier oben auf Sign-In für Steam. Werden dann auf Steam weitergeleitet, melden uns dann einfach an oder drücken auf Anmelden, je nachdem, ob ihr schon auf Steam eingeloggt seid oder nicht. So, also das ist jetzt die ganze Seite, hier oben seht ihr die Zeit ablaufen. Ich würde euch empfehlen, vorher noch den Ton auszumachen, weil wenn das losgeht bzw. anfängt zu rollen, macht das immer einen schrecklichen Ton. Und ja, wir betten einfach gleich mal mit. Hier könnt ihr nämlich aussuchen. Ihr seht, ich habe 500 Coins. Ich setze jetzt einfach mal ein Coin. Wo fängt das an? Hier Rot. Okay, wir setzen einfach mal auf Rot. Das heißt, ich habe jetzt ein Coin, könnt ihr hier sehen, auf Rot gesetzt. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird sich das Teil gleich in Bewegung setzen und gucken, haben wir gewonnen, haben wir verloren. Und wir haben gewonnen. Jawohl, guckt mal, schon habe ich ein Coin mehr drauf. Das heißt, ich habe jetzt 502 Coins oder 501 Coins. Ja, 501 habe ich jetzt drauf. Und das könnt ihr jetzt immer so weitermachen. Aber die Frage ist, wie bekommt ihr die Coins? Dafür geht ihr hier oben auf Free Coin und gebt dann einfach Legendenkiller ein. Dann bekommt ihr 500 Coins. Ihr könnt auch natürlich andere Promo-Codes eingeben, aber wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr einfach Legendenkiller eingeben und ihr bekommt dann 500 Coins gratis. Und 500 Coins sind 50 Cent. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier auf Wolfdoor oder wie auch immer man das ausspricht, zu drücken. Das dauert mal ein bisschen, bis das geladen ist. Okay, es ging jetzt schnell. Und wenn ihr hier alle Bots ausgesucht habt, könnt ihr einfach nach ganz, ganz, ganz unten, Moment, ich will einfach hier, geht schnell, nach ganz unten gehen. Und hier könnt ihr halt gucken, wow, 10.000. Okay, gestern als ich geguckt habe, da gab es noch ein paar, Alter, kann doch nicht sein, 10.000. Ist das für und nach Preis sortiert? Okay, das wundert mich gerade hart. Okay, auf jeden Fall haben sie gerade keinen Skin für 50 Cent. Sind das alle Bots? Ja. Da kann man nach Preis. Nein, fuck, falsch rum. Na, Tatsache. Keine Ahnung, ob die irgendwas dran geändert haben. Normalerweise kann man hier halt auch Skins direkt für 50 Cent holen. Hier ist gerade der günstigste, was sind das, 10 Euro, glaube ich. Und müsst ihr halt immer wieder gucken. Ihr könnt euch das Geld halt einfach auszahlen lassen. Also in Skins oder ihr macht einfach, indem ihr wieder auf die Home-Seite geht und hier eine ganze Zeit Roulette spielt. Indem ihr wieder auf das setzt, dann auf das oder auf das. Ihr könnt natürlich auch eure Items, wenn ihr auf die Posts setzt, einsetzen. Könnt ihr gucken. Hier steht halt, ich würde 4.689 von meiner Redline und so weiter bekommen. Die Wolken würde natürlich am meisten bringen. Ähm, okay, schade, dass man hier keine Kisten verhökern kann. Aber hier könnt ihr halt eure Items dann, ähm, eintauschen, wenn ihr wollt. Hier das, ähm, Probably Fair oder wie auch immer das ist, was das sein soll, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich wie viele Server von denen online sind. Affiliates, könnt ihr gucken. Ich habe hier Bronx, hier könnt ihr auch euren eigenen Revcode machen. Ähm, meiner ist wie hier oben zu sehen. Legendenkiller, kriegt ihr 500 Münzen. Und ja, für Coins könnt ihr einfach, ähm, Pomo-Code eingeben. Legendenkiller habt ihr auch 500 Münzen. Hier könnt ihr den Support anschreiben. Und das war's eigentlich mit der Seite. Wir gucken einfach, wir setzen noch schnell einmal auf Rot, bevor die Zeit abläuft. Ach, das rollt schon, okay. Ne, ich hab noch gesetzt, korrekt, komm, Rot. Guck mal, seht ihr mal, ich hab jetzt schon zwei, äh, Münzen gewonnen. Es läuft einfach bei mir. Guck mal hier, dreimal Rot, das heißt, jetzt kommt Schwarz. Passt auf. Jetzt kommt Schwarz. Und, ähm, ja, wenn es in 25 Sekunden, bevor das hier zu Ende rollt, bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn ihr Empfehlungen für andere Webseiten habt, dann schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Ich werde den Spin jetzt hier noch zu Ende laufen lassen. Und, ähm, ich entschuldige mich, entschuldige mich, so. Schon mal für die ganzen Schluckgeräusche, die ich wahrscheinlich wieder gemacht habe. Ich muss mir das mal abgewöhnen oder abtrainieren. Und, jetzt die, oh, komm, Schwarz, Schwarz, Schwarz. Boah, ich hab's voll drauf, Mann. Seht ihr, ich hab schon drei Münzen gewonnen gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch immer einen Kommentar drunter, ob ihr die Seite besuchen werdet oder nicht. Und, bis zum nächsten Video. Ciao.